Wie kommen wir dahin? Das Förderband am Ende der Rampen. Wenn wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, bringt uns der Schwung durch die niedrige Schwerkraft. Chief, wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Ich weiß. Endlich stehst du vor. Da geschieht etwas. Unter dem Erzeuger baut sich ein Hyperraumereignis auf. Er fährt ihn hoch. Er fährt ihn hoch. Der Didaktiker hat sich im Erzeuger verbarrikadiert. Der Sprengkopf nutzt uns rein gar nichts, wenn wir die Barriere nicht durchbrechen können. Suchen Sie ein Terminal für mich. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Was hast du da getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenden Teile meiner Persönlichkeit in die Schiffssysteme abgestoßen. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache, können diese Kopien die Abschirmung des Erzeugers durchbrechen. Bereit machen. Bereit machen. Bereit machen. естно? Was ist das? Das war's für heute. 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 Und... Cortana! Und... Und...